Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das sind meine zwei Samsung Smartwatches, die Active 2 und die Watch 3. Und die haben jetzt, wie ihr vielleicht wisst, Nachfolger bekommen. Und die wollen wir uns jetzt, ich sag mal, zusammen anschauen. Und zwar haben wir einmal die Watch 4 als Nachfolgerin für die Active 2 und wir haben die Watch 4 Classic als Nachfolgerin für die Watch 3. All das gucken wir uns jetzt hier gemeinsam ganz viele Details dazu auf diesem Kanal an in den nächsten Videos. Und wir splitten die Videos und in diesem Fall geht es los mit der Galaxy Watch 4. So, zuallererst gucken wir uns einmal die Verpackung an, wobei da nicht viele Infos drauf sein werden. Bei der Watch 4 gibt es ja eine digitale Lünette wieder, wie schon bei der Active 2. Das werden wir uns dann nachher im Gebrauch und in der Bedienung nochmal im Detail angucken. Gekostet hat sie übrigens zum Start jetzt 299 Euro. Es gab allerdings da noch eine kleine Vorbestelleraktion, die ich mitgenommen habe. Connectivity ist Bluetooth, GPS und WiFi. Wir haben hier tatsächlich uns für die Bluetooth-Version entschieden. Kommen wir aber später sonst auch nochmal zu. Ansonsten hier auf der Rückseite kaum noch weitere Infos. Insofern würde ich sagen, wir packen direkt mal aus. So, und damit geht es dann auch direkt los. Wir gucken mal, was drin ist in der Verpackung. Einmal aufschneiden unten, einmal aufschneiden oben, ohne sich dabei vielleicht zu verletzen. Na, ja, jetzt geht es. Viel erwarten wir natürlich nicht. Da wird die Uhr drin sein und vermutlich ein Ladegerät. Also insofern, die Überraschung wird sich in Anführungsstrichen in Grenzen halten. Zumindest gehe ich fest davon aus. So, schauen wir mal einmal hier rein. Was haben wir denn da? Quickstart-Guide, den brauchen wir hoffentlich nicht. Die Garantiekarte ebenso. Und dann haben wir hier noch, ja, das ist wahrscheinlich das Ladegerät. Na, das kommt gar nicht raus. Ja, genau. Das sieht sehr nach dem Ladegerät aus. Ja, müsst ihr dann ganz einfach in eins von euren anderen Ladegeräten reinstecken und dann wird die Uhr ja so drahtlos draufgelegt. Das funktioniert wirklich auch ganz gut. Ja, und hier ist jetzt das gute Stück. Erstmal von der Optik her sieht das wirklich gut aus. Ich halte nochmal die alte Active 2 daneben. Da hat sich ein bisschen was getan. Ich würde aber sagen, ja, also wenn man es nicht weiß, würde man es, oder wenn man den Unterschied nicht kennt, würde man es wahrscheinlich schwerlich unterscheiden können. Aber mir gefällt tatsächlich die neue Version auf den ersten Blick schon mal sehr gut. Ja, dann schauen wir uns mal den allerersten Eindruck an. Wie gesagt, mit der digitalen Lünette ausgestaltet. Die Watch 4 im Gegensatz zur Watch 4 Classic. Die hat ja eine wirkliche Lünette. Aus Aluminium das Gehäuse in diesem matt-schwarz. Also, ich sag mal so, mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut auf den ersten Blick. Es sieht wirklich sehr elegant und auch wertig aus. Ihr guckt, die Knöpfe sind auch gut verarbeitet. Das sieht man hier schon mit diesem roten außenrum noch. Das Armband ist auch wieder mit Schnellverschluss auf der Rückseite. Die Sensoren und klar, wir haben Gorilla Glass mit drauf. Das Armband lässt sich nicht mehr so weit runterdrehen wie vorher. Okay, das ist erstmal auch interessant. Wie groß ist das Display, beziehungsweise welche Uhr haben wir hier überhaupt? Wir haben 44 mm im Durchmesser. Die Classic ist nachher mit 46 mm. Das Display aber ist bei beiden identisch. Und zwar mit 1,36 Zoll und löst auf mit 450 x 450 Pixeln. Das soll für ein knackscharfes Bild sorgen, habe ich schon gehört im Vorfeld. Ja, und wir haben hier die Bluetooth-Version vor uns. Das vielleicht nur für die zukünftigen Videos auch, weil da öfter mal nachgefragt wurde. Und das Wichtigste eigentlich für viele von euch ist ja der Akku 361 mAh. Da gucken wir mal im großen Akku-Test, wie lange das letzten Endes durchhält. Ja, apropos großer Akku-Test. Es werden noch einige Videos zu dieser Uhr und auch zur Classic folgen. Wer dabei sein möchte, klickt gerne auf Abonnieren und klickt auf die Glocke. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay. da 低 w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020